Hallo alle zusammen, in meinem folgenden Video habt ihr gesehen, wie mein Aare auf der Schulter war. Wenn das aber bei euch nicht geht, wann euer Vogel fliegen kann, ist es eine gute Option, in so einen runden Kinderwagen die Vögel reinzumachen. Da können sie nicht wegfliegen, weil da ein Netz davor ist. Die Olivia ist schon drin. Jetzt mache ich den Milo dazu, ich gucke nicht, ich hau nicht den Ende mehr ab. So, jetzt sind beide drin, die vertragen sich, also das kann man machen. Und dann gehen wir jetzt spazieren. Das ist ein sehr schöner Ausflug. Ich gucke euch vor euer Vogel, weil sie sind sicher in diesem Wagen, wenn eure Vögel sich miteinander verstehen oder wenn ihr nur einen habt. Sie können aber nicht wegfliegen und bekommen die frische Luft und die Sonne. Und das ist sehr gesund für eure Vögel. Olivia! Olivia! Olivia, muss also Milo draufstellen? Milo sagt, ähm, hallo. Hallo? Was soll das? Was kommen wir? Ich kriege Milo ein Like-Set. Hallo, hallo, Milo. Schatzi. Ist das cool? Macht das Spaß? Ja? So, also wenn ihr keine andere Möglichkeit habt, ist das die beste Möglichkeit, in so einen Hundekinderwagen, die Vögel reinmachen, denen macht das Spaß, ja? Und die kriegen die Sonne und alles. Also wenn das euch gefallen hat, das Video, bitte abonnieren, bitte Like und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss! Tschüss!